Mein Name ist Jörg Löhr, ich bin Persönlichkeitstrainer und freue mich beim Dekon-Kongress im November mit dabei zu sein. Mein Vortrag hat den Titel Erfolg und Motivation in Zeiten der Veränderung und zeigt dir, was entscheidend ist, um aus diesen herausfordernden Zeiten als Sieger hervorzugehen. Zeiten, in denen eine nicht aufzuhaltende Welle der Digitalisierung uns erreicht. Zeiten, in denen es nicht reicht, lediglich die verschiedenen Tools zu nutzen, sondern wir als Persönlichkeiten emotional hinter diesen enormen Veränderungen stehen und sie vorantreiben müssen. Du erhältst durch meinen Vortrag klare Handlungsempfehlungen sowie umsetzbare Tipps, die dir einen entscheidenden Mehrwert geben. Sei vom 19. bis 21. November mit dabei und melde dich gleich hier kostenfrei an. Es lohnt sich und ich freue mich, wenn wir uns sehen.